Yo Leute, ich bin's wieder, euer Fake-Banani und ja, heute seht ihr mal den zweiten Teil, wie ich einen Tag später, nachdem ich gestern, wie gesagt, ja auf den PC-Switch bin, wie ich heute spielen tue. Also ich bin zwar immer noch nicht, ich sag mal, allzu gut, aber ich versuche mich tatsächlich wirklich zu bessern und ja, ihr seht schon, es läuft nicht ganz so gut ab, aber ja, ich fange jetzt mal klein an und arbeite mich dann hoch. Na, den Edit habe ich gerade gar nicht drin gehabt. Hallo, hallo, tschüss. So, ähm, ja, was gibt's eigentlich zum Sorgen? Aktuell gar nichts. Ja, hier muss ich mich ja wieder drehen. Zack. Ähm, zack. Oh, opala, egal. Es ist auch relativ, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist leicht auf PC, aber auf jeden Fall ist es einfacher zu editieren auf PC als hier auf der, ähm, PC. Ja, also auf, als auf, als auf Handy, Switch und was es noch alles gibt, Xbox, Play, sie, und ja, halt wirklich, es ist am leichtesten zu editieren auf PC. Ja, sprich, ich spiele ja seit gestern erst und, ja, schaut mich an, wie ich editieren kann oder es eben nicht kann. Hm, da war eine Katze, perfekt. Wieso auch immer da gerade eine Katze läuft. Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Okay, ja, das, das sind, ja, ja, ich meine, jetzt halt, ich stelle, jetzt muss man sich halt hier in eine Ecke stellen und sich eigentlich nur so runter editieren. Das ist hier eigentlich ganz easy. Wow, 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 hab ich das gerade gesehen. Kurz Programmer geworden. So, und zack, habe ich mich wieder ein bisschen verbessert. Warte, komme ich hier sogar, nee. Ähm, und ja, was gibt's noch für Neuigkeiten? Eigentlich keine großen, außer, dass ich heute eigentlich wieder live gehen wollte, aber aus gewissen Gründen geht das leider nicht. Und, ja, jetzt mache ich halt ein Video statt ein Livestream. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Und, ja, das soll's auch vom heutigen Video gewesen sein, Leute. Haut rein, euer Fake-Banani. Ciao.